Neuer Monat, neue Liga, neues Spiel. Videobeweis macht diese Woche weiter in der 1. Klasse Süd beim Derby zwischen den Union Monse Juniors und der Union Oberwang. Die beiden Teams treffen zum allerersten Mal in dieser Liga aufeinander. Die letzten vier Duelle haben nämlich ein Stockwerk weiter unten in der 2. Klasse Süd stattgefunden. Drei dieser vier Partien konnten die Oberwanger für sich entscheiden. Das letzte Duell im Mai 2022 endete jedoch mit einem 2 zu 1. Der aktuelle Forum spricht eindeutig für die Gäste. Sie reisen mit vier Siegen am Stück und einer Gegentorsperre von 390 Minuten zur zweiten Garnitur des Oberösterreich-Ligisten. Ob die Juniors diese beeindruckenden Serien beenden können, entscheidet sich am Sonntag um 16 Uhr hier in Monsee.